Bei der Menschenhütte, Johann Habenstein aus Bayern, Luka Schneider aus Bayern, Julian Fahler aus Bayern, Christoph Nikalakis aus Niedersachsen, Hauptgespiele aus Niedersachsen, Johannes Dummklausel aus Schwaben, Manuel Böhrer aus Berlin, Karl Mörbe aus Sachsen und Christopher Hafer aus dem Rheinland. Uwe, 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 Uwe! Da treibt euch bitte alle und machen einfach mal einen Rundungen. luwe Hier geht jeder für jeden gescheuer, im Leben stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns sheuern, wird das auch immer so sein, ein Hoch auf das, was auf uns liegt, das ist das Beste für uns, ein Hoch auf das, was uns vereint, auf dieses Netz, auf jeden Fall, ein Hoch auf uns, auf dieses Netz, auf dieses Netz, auf jeden Fall, ein Hoch auf uns, auf dieses Netz. So, nochmals herzlichen Glückwunsch, dann werden wir ihn meistern. So, nochmals herzlichen Glückwunsch!